Yo Leute Servus neues Video ich bin der Jonas und wie ihr seht bin ich ein bisschen im Winter gelandet und zwar bin ich heute nach Oberstenfeld gefahren bzw will so eine Oberstenfeldbeisteilen Prefostrunde machen jetzt hat es hier oben aber doch relativ viel Schnee hatte ich nicht gedacht dass es so viel Schnee hat und es hat auch geregnet in den Schnee rein das heißt unter dem Schnee ist so eine dicke Eisschicht das ist ein bisschen scary jetzt gucken wir mal erst der Trail gleich wie es da aussieht ist auf jeden fall komplett Schnee fahrbar und ja ich bin mal gespannt was da draus wird jetzt geht es los für euch wünsche euch viel Spaß let's go so jetzt seid ihr am Helm ihr seht schon wie das hier aussieht da geht der Trail rein jetzt gucken wir mal was hier geht ich habe Angst mit Fuß draußen und das Problem nicht wenn so Eisscheiße hier rauskommt das ist natürlich dementsprechend scary ok erster Trail geschafft so Leute nächster Trail selben Eingang genau da ist er ich sehe fast gar nichts hier wo der Trail angeht wenn ich weiß was auf dem Trail verwirrt sind und unter den großen sind hier ist der Schuss aus oben oben man hat es ja gebaut das denn hier Surfing Surfing Trails oh das wird scary alles gefroren Hilfe Hilfe Oh Kronaut Trail Mein Lieblings-Trail Aber eigentlich nicht, wenn es so viel Schnee ist Oh mein Gott Kurze Unterbrechung und kleine Werbung in eigener Sache Und zwar habe ich gesehen, dass 75% meinen Kanal noch nicht abonniert haben Und ich würde mich mega freuen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast Das unterstützt mich in der nächsten Zeit weiter coole Videos für euch zu produzieren Und weiter coole Projekte euch zeigen zu können Ich würde mich mega drüber freuen und jetzt geht es weiter mit dem Video Viel Spaß dir Okay, weiter Das Problem ist Leute, dass der Schnee Der ist so festgefroren Und nicht los ist, sonst wäre es kein Problem Wenn das Pulverschnee wäre Dann ging es übel klar Aber so ist es einfach so hart gefroren Und deshalb so ultra rutschig Das ist auch noch niemand zurückgefahren Jetzt wird es hier komplett Eis 2Way Drifter Anlieger 2Way Drifter Anlieger Ich meine, das ist fast genauso gut Krank, Alter Also nur weil es Öl so Warum ist das so? Warum ist das so, Nico? Warum ist das so? Weil der Manu das perfekt entlüftet hat Der Manu! Und weiß Öl Gimli on Bike Ich blende es ein At Gimli on Bike Let's go Ey! Dieser Drecksack Los geht's Erste Fahrt Ja Verletzung im Schnee Kein Problem Zum Einfahren bisschen im Schnee Oh Junge Alter, es geht voll klar Also Leute Heute geht's weiter Im Schnee auf den Hometrails Oh, da war eine Wurzel Es hat über Nacht geschneit Es hat über Nacht geschneit Aber im Gegensatz zu gestern ist der Schnee nicht gefroren Oh, das ist unfahrbar hier Ist der Schnee nicht gefroren, sondern Schöner Pulverschnee Das heißt perfekt für uns zum Radfahren Nicht mehr so scheiße gefroren wie bei mir gestern Klotz, Nico Trotzdem stellenweise natürlich Durch den Schnee bisschen sketchy Aber macht safe Laune Gleich geht der Trail weiter See you Bist drin in deinem Klickpedal Wird auch Zeit Oh, tschüss, Alter Alter, Fahrtechnik am Start Alter, du sollst da jetzt hochfahren Schau gut, dass ich mit einem Aggressor hinten fahre Und der Nico auch Junge Alter, was ein Abgeschanz hier Schau krank Oh Send it boy Oh 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 Alter Jawohl 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 Ja Mann Ja Ja Boy Send it College Ja Juuu Oh ja der Niklas ist vor mir Das sieht gar nichts Juuu 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 Geh weg Juuu Alter mit Klickpedalen das ist so schlimm Also irgendwie ist hier draus jetzt ne übelste Squat geworden warum auch immer Und gerade irgendwie tausend Leute gefunden Wow Juuu Oh rutschig Oh shit Oh shit Der Anlieger war bisschen slippery Oh ho ho der Anlieger war bisschen slippery Guck da ist schon jemand gefahren Erste Spur Oh Oh da war's rutschig So geil So geil Wuh Es geht Einfach nicht bremsen und nicht lenken Wuh 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 Hahaha 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 Ja ja alle stop Wuh 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 Hehehe Woah! Oh my god! Oh, Alter! Oh, fuck! Untertitelung des ZDF, 2020